Mein Name ist Peter Schandin, ich bin Leiter des Bereiches Intralogistik innerhalb der Stadtlandscharf Unternehmensgruppe. Das Unternehmen Stadtlandscharf ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern in 26 Standorten in Deutschland und Österreich. Wir betreuen hier am Standort überwiegend Kunden aus dem Bereich Logistik, Online-Versandhandel und Großhandelsketten mit großen Warenlagern. Wir haben die unterschiedlichsten Anfragen aus dem Logistikbereich. Der Logistikbereich boomt die letzten Jahre, entsprechend haben die Logistiker gesehen, dass sie Nachholbedarf haben. Es geht dann hier hauptsächlich um Erhöhung des Automatisierungsgrad, bessere Leseraten, schnellere Durchsätze, deutlich mehr Paketvolumen, das abgearbeitet werden muss und entsprechend wird dann auch die Technik dazu gebraucht. Wir arbeiten mit der Firma COGNEX seit 2015 zusammen. Seit 2021 sind wir zertifizierter Partner im Logistikbereich. Wir nutzen das komplette Produktspektrum der Firma COGNEX, um unseren Kunden ganzheitliche Lösungen anzubieten. Das heißt, die Kameratechnik der Firma COGNEX wird ergänzt mit unserem Know-how aus Automatisierung, Maschinenbau und Softwareprogrammierung. Wir haben aktuell noch eine andere Anwendung hinten bei uns in der Halle stehen. Das ist eine Zwei-Seiten-Palettenlesung. Die Herausforderung dort, ich habe eine relativ hoch gestapelte Palette, das heißt, ich habe ein relativ breites Sichtfeld, das ich mit der Kamera abdecken muss. Entsprechend muss ich die Kameras justieren, die Anzahl der Kameras muss ich variieren und ich muss von zwei Seiten lesen. Zusätzlich haben wir dort noch eine Kamera, die erkennt, welche Art der Palette ich habe, Holz oder Kunststoff, was zusätzlich nochmal eine Extra-Herausforderung und auch eine Anforderung vom Kunden war, die wir erfüllt haben dort. Die deutlich komplexeste Anwendung bei uns ist unser Fünf-Seiten-Lesetunnel. Dort arbeiten wir bei Geschwindigkeiten mit bis zu drei Meter pro Sekunde. Wir erfassen dort mit insgesamt 18 Kameras die Barcodes auf Paketen. Die Barcodes können dabei an jeder beliebigen Stelle des Paketes sitzen. Diese Barcode-Information kombinieren wir dann mit Gewicht und Volumen des Paketes und geben das über eine spezielle Schnittstelle an das nachgelagerte System, welches dann die Sortierung des Paketes anhand der Daten übernimmt. Die Vorteile für den Kunden liegen darin, dass er von uns eine ganzheitliche Lösung bekommt, die schon bei einer Konzeptstudie beginnt oder bei einer Machbarkeitsstudie und dann immer Endprodukt mündet, das dann als fertiges Paket oder als fertiges Produkt bei ihm angeliefert wird, schon vor in Betrieb genommen und dann einfach in die bestehenden Prozesse integriert werden kann und dadurch relativ schnell eine deutliche Laserratenverbesserung oder eine deutliche Erhöhung des Durchsatzes bedeutet. Wir haben uns für Cognex als Partner im Bereich Bildverarbeitung entschieden, weil Cognex ein innovatives Unternehmen ist mit einem relativ breiten Produktspektrum, das uns auch optimal unterstützt bei den vielfältigen Problemen, die durch unsere Kunden auf uns zukommen.